Staat, du lässt mich jetzt einfach im Stich. Staat, ich verlange Gehorsam, unbedingt. Darf ich fragen, worauf du noch wartest, Staat? Du bist in keiner gesunden Verfassung. Sollen wir einen Trauertag abhalten für dich, Staat? Ich habe nicht gewusst, dass man etwas so lieb haben kann. Einen ganzen Staat. Schön, dass sie das alles für mich machen, Staat. Tu, was du willst. Du bist doch hier der Staat. So kann der gesamte Staat als Werkzeug, Instrument und Waffe eingesetzt werden. Nein, da mache ich nicht mit. Ich gehe nicht mehr in einen Staat. Das ist eine Verwechslung. Das ist eine Verwechslung. Das ist höchstrichterliche, also bundesverfassungsgerichtliche Auslegung des Grundgesetzes. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22.10.2014. Dann befassen Sie sich mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19.06.2012 und vom 7. Mai 2013. Die Schöpfung ist das Verlangen nach Form. Der Mensch ist der Schrei nach Ausdruck. Der Staat ist der erste Schritt dahin. Die Kunst der Zweite. Weitere Schritte kennen wir nicht. Schneller, Staat, zieht uns ein! Wer könnte behaupten, schon mal einen Staat an sich gesehen zu haben? Das sind nun mal Fakten. Ich folgesche die Chöpfung, denen zu dem Mannschaft sch nämt.